Die Inflation in den USA sinkt und der Bitcoin-Preis steigt. Doch warum eigentlich? Außerdem geht es um einen sehr, sehr großen Vermögensverwalter, der sich gerade im Bitcoin-Mining-Umfeld positioniert. Wir sprechen über einen Pool, der unfassbar viele Bitcoin-Bestände abstößt und auch ETH wird hier nochmal beleuchtet, denn es gibt das Potenzial, dass der Preisanstieg in den nächsten Tagen bevorstehen könnte. Du merkst also, es gibt einige wichtige Informationen, über die wir unbedingt sprechen müssen, deswegen solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos dabei bleiben. Ach übrigens, in meiner Videobeschreibung findest du den Link zu meinem Partner Bitwavo. Darüber bekommst du einen 10 Euro Willkommensbonus, mit dem du sofort deine Lieblings-Kryptowährungen kaufen kannst und die ersten 10.000 Euro in Fiat oder Krypto kannst du ohne Gebühren handeln. Ich persönlich benutze Bitwavo, weil es für mich eine seriöse und regulierte Börse ist und über 190 Kryptowährungen anbietet. Zusätzlich kannst du dort Staking und kostenlose Steuereports nutzen, also viel Spaß mit deinen 10 Euro. Und damit starten wir auch direkt an das allererste Thema und zwar sprechen wir über die Inflation aus den USA. Wie du hier gerade schon erkennen kannst, ist es nun mal so, dass wir deutlich unter dem eigentlichen Forecast liegen und die Inflation damit kontinuierlich wieder abnimmt. Und damit haben wir quasi auch die langsamste Anhebung der Inflation seit März 2021 in den USA, also eine ziemlich, ziemlich positive Wendung, wenn man sich das mal überlegt, wo es eigentlich zum Beispiel im letzten Monat war. Da lagen wir noch knapp bei 4%. Das bedeutet also im Umkehrschluss eben auch, dass die Leitzinspolitik der Fed gerade wirklich funktioniert und dass die Inflation kontinuierlich gedrückt werden kann. Und spannenderweise steigt der Bitcoin-Preis, vor allem nachdem diese Neuigkeiten online gegangen sind. Wir sehen hier gerade eine minimale Anpassung von 0,23% innerhalb der letzten Stunde und ein Plus von 1,31% in den letzten 24 Stunden. Und die Frage ist dabei natürlich, wie das eigentlich zustande kommen kann, denn eigentlich ist ja der Bitcoin-Preis und eine sinkende Inflation nicht unbedingt miteinander verbunden. Es gibt keinen kausalen Zusammenhang, es gibt keine kausale Beziehung zwischen der Inflation und dem Preis von Bitcoin. Und trotzdem beeinflusst so eine Nachricht tatsächlich den Preis, jedenfalls temporär. Es kann sein, dass du im Laufe des Abends das Video guckst, dann sieht der Wert vielleicht wieder ganz anders aus. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie es hier weitergeht. Das ist aber natürlich nicht die einzige positive Nachricht. Nein, es gibt tatsächlich einen der größten Vermögensverwalter der Welt, der sich gerade dazu entscheidet, aktiv im Mining-Space unterwegs zu sein. Tatsächlich ist es so, dass sie sich dazu entschieden haben, nun also Aktien von dem Mining-Unternehmen Riot aufzukaufen. Hier sprechen wir von knapp 17,9 Millionen Aktien, die sie sich zusammengekauft haben. Insgesamt haben sie dafür 295 Millionen US-Dollar ausgegeben. Damit hält also der Vermögensverwalter über 10% des Unternehmens. Und parallel dazu, weil sie sich natürlich nicht lumpen lassen, haben sie sich auch dazu entschieden, bei Marathon Digital quasi einzukaufen. Auch hier haben sie nun ihren Bestand von 10,9 Millionen Aktien auf 17,5 Millionen Aktien erhöht. Das ist also eine weitere Investition in Höhe von 296 Millionen US-Dollar, die sie nun also getätigt haben. Das heißt also, sie haben ähnlich viele Anteile an Marathon Digital als auch an Riot und haben damit natürlich gerade im Mining-Umfeld einen sehr, sehr starken und wichtigen Schritt eben getan. Und damit können sie natürlich direkt an der Quelle sitzen, können also, wenn sie das möchten, deutlich schneller und effektiver an Bitcoin-Bestände herankommen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Plan, als es eben, wie gesagt, die großen Vermögensverwalter oder die großen Institutionen gerade so vorhaben. Auch eine sehr, sehr spannende Perspektive. Und das könnte natürlich theoretisch auch zum Trend werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber auch das ist natürlich eine sehr, sehr positive Nachricht, die wir gerade mitbekommen. Parallel dazu gibt es aber gerade auch sehr, sehr viele Bitcoin-Bestände, die gerade von Minern abverkauft werden. So sieht es jedenfalls aus. Und zwar sehen wir hier die Aktivität vor allem von dem Mining-Pool Poolien. Und das ist einer der größten Pools, die wir so haben. Die halten knapp 1,87% der globalen Hashrate und sind damit neungrößter Mining-Pool und haben also eine akkumulierte Rechenleistung von knapp 21 Exahash pro Sekunde. Und dennoch hat sich dieser Mining-Pool dazu entschieden, knapp 3200 Bitcoin an eine Börse zu schicken. Man ist sich mittlerweile ziemlich sicher über die Daten erstmal, von wem die Bestände kommen und vor allem eben auch, wohin sie gegangen sind. Sie wurden nämlich direkt zu Binance geschickt. Und aktuell gehen wir davon aus, dass diese 3200 Bitcoin dann eben auch verkauft werden. Spannend ist an der Stelle natürlich schon mal mit zu beobachten, dass das keine alltägliche Menge ist. Wenn du dir mal die orangene Grafik hier anguckst, dann wird dir relativ schnell auffallen, dass die Werte in der Regel nie über 1000 Bitcoin lagen, jedenfalls nicht in den letzten 3 Jahren. Mittlerweile gibt es hier aber diesen massiven Ausbruch und das wird wahrscheinlich tatsächlich eine entsprechende Reaktion auf den Markt auslösen können. Es ist nicht garantiert, aber wir sprechen eben von weit über einer Milliarde US-Dollar, die nun tatsächlich aus dem Markt theoretisch rausgezogen werden kann. Und man sollte dabei eine Sache ebenfalls nicht vergessen. Und zwar können täglich lediglich 900 Bitcoin geschürft werden. Und das sind eben auch nur die Bestände, die quasi täglich ins Netzwerk dazukommen können. Und damit übersteigt dieser Wert natürlich sehr, sehr massiv die tägliche Menge an Bitcoin-Beständen, die normalerweise so produziert werden. Und auch hier bin ich natürlich extrem gespannt, wie sich das letztendlich auswirken wird. Am Ende kommen wir noch zu dem ETH-Thema, das ich angesprochen habe. Und zwar können wir gerade mitverfolgen durch Sentiment, dass die Transaktionsgebühren sehr, sehr stark abgefallen sind, was natürlich alles andere als schlecht ist. Und das siehst du hier vor allem in der unteren Grafik. Und mittlerweile ist der Wert von knapp 7,40 Dollar im Durchschnitt auf 2,45 Dollar gesunken. Und das bedeutet eben auch, dass wir hier einen sehr positiven Einfluss auf den ETH-Preis sehen können. Die Idee ist gerade, oder die These ist, dass wir einen Ausbruch Richtung 1.900 US-Dollar sehen werden. Das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch, wenn wir uns den aktuellen Preis und den Anstieg der letzten 24 Stunden angucken. Und das kann durchaus eben mit der Verringerung des durchschnittlichen Transaktionsgebührenpreises letztendlich zusammenhängen. Also ist das ein ziemlich positiver Indikator. Und der wird dann noch besser, wenn wir uns mal die Aktivität ansehen. Wir haben zwar weniger tägliche Aktivität. Das ist hier gerade in gelb eingezeichnet. Aber wir sehen eben deutlich mehr Developer-Aktivität. Das ist hier in lila eingezeichnet. Das ist der Wert, der quasi angibt, wie aktiv Entwickler gerade an ETH schrauben, an dem ganzen Konstrukt, an dem Protokoll, an der Technologie, die dahinter liegt. Und das sind natürlich Daten, die vor allem kurzfristig sich positiv auf den ETH-Preis auswirken können. Es bleibt natürlich aber auch hier wieder spannend zu beobachten, wie sich der Markt in den nächsten Tagen so verhält. Du merkst also, es passiert richtig viel an allen möglichen Fronten. Wir haben immer mehr Institutionen, die sich dazu entscheiden, über den einen oder anderen Weg in den Markt einzudringen. Wir merken außerdem, dass scheinbar die Leitzinspolitik der FED gut funktioniert, um die Inflation kontinuierlich zu drücken. Wir haben aber trotzdem den einen oder anderen Miner, der sich dazu entscheidet, bzw. Mining Pool in dem Fall, seine Bestände abzustoßen. Warum auch immer das der Fall ist, das kann durchaus mit einer Insolvenz zu tun haben. Es kann alle möglichen Gründe haben. Das lässt sich relativ schlecht herausfinden. Und am Ende sieht man gerade eben auch, dass aufgrund der Reduzierung der Transaktionsgebühren beim ETH-Umfeld eben nun eben auch eine positive Preisreaktion zu erwarten ist. Es bleibt also wieder mal sehr, sehr spannend. Solltest du noch irgendwelche Fragen zu diesen Themen haben, dann solltest du auf jeden Fall einen Kommentar unten in die Sektion reinschreiben. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Sollte es dir gefallen haben, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da. Ansonsten geht es natürlich auch morgen weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Sollte es dir gefallen, dann sehen wir uns morgen wieder.